so da sind wir wieder bei 1 und ja wir haben jetzt diese tausend leute hier platt gemacht und jetzt müssen wir mal gucken hier was es hier auf sich hat keine ahnung kommen wir da hier rein oder ist es jetzt um 50 jahre das quest ich weiß es aber nicht aber es ist auch keiner daheim ne ist auch keiner daheim hier und ich hab die taschen das kann ja mal nicht sein das ist aber ums ne da wird auch keiner jetzt hier für mich zeit haben schmied wach auf komm es ist mitten in der nacht kommt morgen früh wieder was denn sein muss wenn es denn sein muss dann nehme ich derweil ein bisschen was mit hier von dir ist da alles kein ding oder Leute nehmen wir alles mit hier was ja der schmied nicht brauche so perfekt also jetzt muss ich echt mal liegen hier hier geht's weiter verschwindet ich habe geschäftlich zu tun verschwindet oder ich töte euch wie einen hund versucht euer glück ergreift ihn der biskopf da bin ich biskopf warte mal den hier will ich haben hier vä ich als ich es ich 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 , ich Ich glaube, ich muss auch mal drücken mit der Maus, wenn das Geld ist hier, dieser Ding. Weil dann haut er wirklich richtig drauf hier, der Junge, ey. Das ist ja auch sehr leicht ein bisschen, jetzt sollte er das der Banditen abbrechen. Okay. Oh, jetzt hab ich natürlich die Taschen voll hier, ne? Schau, da kann man vielleicht mal hier irgendwie... Moment mal. Was ist das denn hier? Eine Ambulent-Bursche verzieht, eine Angriff-Germone steckt. Essen wir das halt mal hier. Okay. Ich denk's auch, halt. Besser ist es. Besser ist es, ey. Wenn man schnell verschwindet. Ich muss mal speichern hier. Weiß ja nie, ne? Wo weiß ja nie, du, ey. Jo, ich sag mal so, bis jetzt läuft's ja recht gut hier mit meinem... Äh, Questzeugs hier. Genau, siehst du da? Wir müssen hier diese ganzen Punkte hier... Diese roten Punkte hier, Dingsen. Machen wir das halt, ne? Hier vorne. Hier vorne. Hier machen wir noch Platios. Geht, solange ihr noch könnt. Diese Frau gehört zu mir. Dann starbt ihr. Hm, okay. Nehmt das! Jetzt kommt Geralt, halt drauf! Hey! Hat er den jetzt ungebracht, oder was? Wird das eher dran? Ist, oder wie? So aus, ne? Dann geht's weg. So, ich weiß noch nicht, leider jetzt soll der Rest... Ich muss zu Carmen gehen, um meine Belohnung aufzuholen. Zu Carmen! Oh, haben wir eine Liede-Stick, geil, oder? Also Leute, wer ihr Schwerter braucht... Bedient euch! Ich hab hier genug Schwerter zur Auswahl. Jetzt nicht allein. Einfach mal reingegangen, weißt du. Ah, herrlich. Zu Carmen wollen wir gehen. 1, 2, 6. Werden die Carmen sein? Warte mal, gucken wir mal eben kurz. Stramme Hüftenbordell. Ah, okay. Da müssen wir hin, zur stramme Hüftenbordell. Ich würde aber gern mal noch eben, bevor wir zum stramme Hüften gehen... Ähm... 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 Gut bestückter Keller... Na... Hier zum Gasthaus im Horigen Bern eben noch schnell gehen. Dann bewegen sie diese stramme Hüften, ne... Weil, äh... Das müssen wir erstmal hier, ähm... Ich muss mal die Taschen halt ausholen, ein bisschen, ne... Sag ich mal so. Ähm... 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 Okay... Okay... Ein bisschen Liesworts hier... Das ist falsch, oder? Hm... Bin immer falsch hier. Ne... Hier war das auch nicht. Oh... Das ist über dein Wetter hier, leider. Halt, ich muss hier runter. So... Gasthaus im Horigen Bern will wir jetzt gehen. Nicht der Wurst. Was hat er? Schmerzen an der Wurst? Hier müssen wir zum Arzt gehen, Mädel. Feuerstelle. Könnten wir auch mal eben schnell angingsen. Oh ne... Was ist denn das jetzt hier? Ich hab nicht gefeiert, Leute. Sagen wir mal. Geh weg hier. Ich bin jetzt dran. Sagen wir mal. Was sind jetzt hier... Ach du meine Güte. Geht's denn noch mit euch, oder was ist denn jetzt mit euch? Warum sind die jetzt alle auf einmal so böse? Oh nein. Oh nee, jetzt werden sie alle böse. Oh nee, weil ich bestimmt jemanden angegriffen hab. Ich muss weg hier, ich muss weg hier, ich muss weg hier. Obwohl, wie weiß ich jetzt auch nicht, wie ich's mache mit demsten. Ach komm, jetzt ist'n jetzt hier... Warum denn nur? Ach nee, jetzt können sie alle, ey. Weckst mich fett, ey. Ach du leckst mich fett. Ach du Heimatland. Jetzt sind sie alle böse auf mich. Kann man da nichts machen? Oh nee, oder? Steink researchers 1 Erscheinung ist hier... Oh hungräufe macht gar nichts mit denen hier... Erscheinung. Was geht denn jetzt hier in der Stadtsucht, der Molle? Scheiße, was machen wir jetzt hier? Scheiße, Mann, Mann, Mann. Tudenfieber. Wir werden sehen, dass die Tudenfieber sind. Wo ist mein Körper? Ich hab ihn nicht weggenommen. Suche Arbeit, komm zu mir, ist in der Dadoxierungstelle. Okay. Guck da. Das möchte ich jetzt mal speichern eben hier. Ist ein bisschen ganz mysteriös gerade hier in der Stadt, oder? Muss ich mal feststellen. Nur weil ich hier mal diesen Bösen da killen wollte und da mir vor der Füße rum waren, das wahrscheinlich. nicht. Ach, ne, oder? Ach, gut, jetzt wird alle hinter mir her, ey. Die Bescheidung macht mir komischweise nichts, weißt du? Gibt's da keinen Trank oder irgendwas hier, dass sie mich in Ruhe lassen? Ach, meine Güte, ey. Ja, ich glaub, da hab ich nix an sie bieten, ne? Haha. Ich kann mich ja nieder rein jetzt hier, Mensch. Die da ist jetzt alles mit mir her, ey. Ich versteh' das nicht. Ich versteh' das nicht. No, ne. Ja, das ist hier, da schon, da shit. Das ist hier, woanders. Und ich versteh'. Oh, da war das nicht. Und ich verstehe das nicht. So. Das kann nix machen hier, ne? Ach komm, lass mich in Ruhe hier. Habt ihr es euch getan, hey? Wollt ihr dieses Monster killen? Oh Mann. Oh Mann. Ach Manu, jetzt hat er gerade alle böse auf die Schwester. Ich glaube, ich könnte doch gar nichts machen, oder? Aus dem Kreis rumrennen. Ach nee, der lasst mich halt in Ruhe. Scheiße, das ist doch irgendwie so cool. Oh, wächst mich. Wie spät, ey. Prima, Ballerina, echt. Ich sitze doch noch bei die, äh... Vielleicht hat er den angetrickt, oder was? Kann ja nichts machen, ne, hier. Ist ja komisch, oder? Was wollen denn die alle von mir? Ich verstehe das gar nicht. Ich hoffe bloß, ähm... Warte mal, machen wir das hier, oder? Warte mal, nee, 22 können wir schon wählen. Ich hoffe bloß, äh, dass dies jetzt nicht jeder geschieht hier, ey. Das ist ja ätzend, oder? Was soll denn von mir wollen? Keine Ahnung, ey, echt. So, dann gucken wir nochmal. Ach nee, das sind ja immer noch böse auf mich. Sehe ich gerade. Moment, da müssen wir das andere laden, hier. Das hier vielleicht. Da wollte ich nur zur Vorher stellen, ne. Ich wollte bloß ja mal ein bisschen mich abfrischen. So, noch sind sie ja lieb, Gott sei Dank. Uh, Gott sei Dank, ey. Kleine Mädchen-Gefahr muss ich noch machen, siehst du? Da waren wir. Juh, da machen wir kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Bis dann. Also. Mal.